Ist am Ende sogar weiter gesprungen, aber er hat einen deutlich besseren Wind gehabt. So, jetzt sind wir bei Ryoyo Kobayashi. Von 9 mache ich jetzt mal die Augen zu, weil ich glaube, jetzt geht es noch mal zwei Stocke höher. Ach du Gott. Ach, großer Gott. Wo ist denn der? Ja, wo ist denn der? Oh, pack den ein! Jawohl! 250 plus X für Kobayashi. 52. Der ist doch... Komm, flett übergeschlappt. Oh, oh. So, was steht da gleich offiziell? 52, jawohl. 252 Meter. Und damit haben wir hier im Planitza einen neuen Schanzenrekord. Bisher stand er bei 2,51 und halb vorne. Ja, brutal. Ach, wie ist es doch? Ja, brutal. Guck mal, wo der steht. Also, wenn jemand im Schwimmbad schon mal auf dem 10-Meter-Brett stand, dann guckt der auch noch hoch. Das garantiere ich dir, zu Kobayashi. Ja, brutal. Aber wie der das da unten hinfliegt. Der bleibt voll auf dem Pedal. Aber komplettes Programm. Der weiß, er hat nur eine Chance. Sobald er aufmacht, kommt er hinten dran. Und sobald er landet, sind die Füße hinten am Exit gate. Keine Chance. Er greift da sogar noch leicht in Schnee. Kriegt aber dann dafür auch noch ansprechende Noten. Ja, leck du Mio. So, jetzt sind wir gar nicht mehr so weit vom Weltrekord entfernt. Dann bleib ich bei zwei, drei und fünf. Da liegt bei zwei, drei und fünf. Und jetzt?